Gerne zeige ich dir wie du die Hintergrundfarbe des Diagramms ändern kannst. Hier habe ich jetzt eine weisse Farbe, einen weissen Hintergrund und wenn ich jetzt das ändern möchte, dann klicke ich doppelt da meinen Kasten an, also meine Grafik an. Hier kann ich dann wählen zum Beispiel eine einfarbige Füllung, die Füllungsfarbe kann ich da unten auswählen, auch unter weitere Farben kann ich da diese Farben wählen, ich kann auch RGB Farben eingeben oder Hex, kann ich das so machen. Ich kann die Transparenz ändern, dass ein bisschen durchsichtiger wird. Ich kann den Farbverlauf auch ändern, das kann ich da mit diesen Dingen machen. Was ich auch machen kann, ich kann dem Bild eine Füllung geben, zum Beispiel eine Quelle, kann ich zum Beispiel einfügen und aus der Datei kann ich ein Bild holen. Die Frage ist dann einfach, ob die Grafik dann noch gut lesbar ist, also bitte hier auch wieder vielleicht ein bisschen weniger, ist oft auch mehr. Ich kann auch eine Musterfüllung machen, die kann ich dann da auswählen, ich kann die Hintergrundfarbe ändern, also all das ist da möglich. Da kann man ein bisschen ausprobieren, aber immer im Sinne der Grafik so, dass die schlussendlich noch lesbar bleibt.